dann hier nicht wieder raus ja wie kommen wir hier raus klasse ist eine blöde idee aber hätte ja klappt darf habe ich jetzt eine kugel verbraten oh mein gott ach nö Ich komme. Komm schon! Okay. Lass los. Gut gemacht, Babe. Danke. Okay. Tor. Könnte noch dauern, bis wir Abby und ihre Freunde finden. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Gute Idee. Was habe ich wohl vor? Vorwärts, Schimmer. So. Da unten ist noch was. Wie geht's dir da hinten? Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich hab immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur wenn man es alleine macht. Okay. Dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken? Machst du dich lustig über mich? Nein. Das klingt eigentlich ziemlich schön. Wirklich? Ja. Wirklich. Ich weiß nicht. Was ist das? was hat sie jetzt wieder reingeschrien das ist ein tor ok habe ich das gerade übersehen ok nichts so ein code für west 2 0451 ist es das ja könnte sein ja 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 ich hab's mal sehen was hier drin bestimmt wieder irgendwelche fischer was ist das hier irgendeine wlf wlf propaganda erinnert mich an die fireflies in boston beschützer der verfassung so nannten sie sich selbst und 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 Also wenn sich das nicht schon gelohnt hat, weiß ich auch nicht. Genau deswegen suche ich immer alles ab. Wer? Die Wildkatzen, die ich hatte, bevor ich nach Jackson kam. Aber sie wollten irgendwie nicht mitkommen, also ich vermisse die kleinen Täger manchmal. Hast du Haustiere? Nein, das war noch nie mein Ding. Wenn wir hier fertig sind, können wir dir vielleicht ein kleines Haustier besorgen. Okay, gut. Jetzt können wir noch eben unten am besten gucken, ob es nach unten weiter geht. Ich glaube tatsächlich gar nicht. Also da jetzt geradeaus. Ich glaube, da ist nichts mehr. Wo ist denn jetzt das Pferd? Ach. Hä? Hey. Hast du eigentlich Angst? Weshalb? Nach allem, was wir über die WLF rausgefunden haben. Sie sind organisierter, als ich dachte. Das ändert rein gar nichts für mich. Wir müssen nur vorsichtiger sein. Wenigstens wissen sie nicht, dass wir kommen. So sieht's aus. Alles wird gut gehen. Ich weiß. Okay. Wir sollten zurück zum Fak Pedra-Tor, bevor es dunkel wird. Ja. Mal sehen, ob diese WLF in der Serra Wien ist. Äh, hier ist nichts mehr. Oh, das war ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. Ja, ich weiß. Das ist ein Abenteuer. Sie Idioten. Bring einfach jeden gegen dich auf. Na dann. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Die beiden Generatoren sind ziemlich... Du brauchst Bestandes. Oh. Entschuldige. Was? Gar nichts. Fünf, drei, vier, fünf. Gut. Gstars. Guss. auf uns suchen wir einen eingang weil die fenster im auge wlf verstehe gut hier ist nix ich weiß nicht was los ist und und Oh, come on! 1 2 3 4 wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe 56 ach du ich weiß schon worauf das wieder hinaus geht auf eine richtige schießerei ach nee das doch doch nur 3 ich habe die bachete stürmt das war das der hier ist frisch und er hat einen dieser wolf auf näher sie haben es mit ihrem beziehen wohl nicht raus geschafft das ist gut oder wenn irgendein infizierter die mörder von johle erwischt hat dann sind sie trotzdem tot keine gerechtigkeit wenn wir schon hier sind sie wurden erschossen erkennst du sie nein vielleicht hat die jemand anders getötet die infizierten sind gerade gekommen hey da ist ihr benzin ja wenn wir noch was brauchen wissen wir wo es ist eine werkbank wäre inzwischen mal wieder gut zu gebrauch denke ich aber wir haben schon sehr viel von den dingern da eingesammelt den hier erkenne ich auch nicht die ich Tiere in 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist einer von Joels Mördern. Scheiße, hier drüben ist noch jemand. Der hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage, aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Ja. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Das ist ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Na los. Hier lang geht es raus. Vielleicht holen wir Tommy ein. Ja. Du sagtest, der Tommy hat so einiges getan, aber... Scheiße. Ich weiß. Alles in Ordnung? Schön war's nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie. Wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt. Ich hätte Schlimmeres getan. Kapiert. Du gehst zum Generator. Ich mach das Tor auf. Weißt du noch den Code? Der mit Blut geschrieben war? Ja. Ja. Klingt gut für mich. Vorzugsweise ohne Infizierter. Oder BLF. Woes. Wie auch immer. Ich hab noch diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Nein, danke. Du solltest etwas essen. Oh mein Gott. Was? Ich kling gerade wie meine Mutter. Ich brauch nichts. Alter. Boah, ich bin erschrocken. Wie immer. Hätte nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Wie hast du uns gefunden? Hab nach einem Typen mit einer scheiß hässlichen Narbe gefragt. Sehr lustig. Wie viele sind noch hier? Hm? Nur ihr beide? Du kannst das nicht stoppen. Jordan. Du solltest nach der anderen Ausschau halten. Was ist denn hier los? Hey, der Schmuggler, den wir in Jackson gekillt haben? Ja. Dieses Mädchen war da. Was? Sie sind hinter uns her. Deshalb war nichts so zugerichtet. Wir müssen sie zu Isaac bringen und ihm genau sagen, was hier los ist. Ja, tja, ich hab gerade mit Isaac gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag. Alle einbringen, die töten. Wow, Moment, Moment. Das ist doch fälliger Schwachsinn. Das ist ein Befehl, Mann. Nein, reden wir mit ihr, um herauszufinden, was sie weiß. Es ist egal, was sie weiß. Du hast gesehen, wozu sie fähig ist. Du weißt doch gar nicht, wie viele Leute sie dabei hat. Das könnte ein Hinterhalt sein, Mann. Es ist egal, wie viele es sind. Wir finden sie. Wir töten sie. Kannst du nicht bitte einmal kurz dein Hirn einschalten und einfach... Dina! 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 Alles gut? Geht schon. Halli. Halli. Wir sollten gehen. Bestimmt hat jemand die Schüsse gehört. Schau mal. Sie gehört zu ihnen. Na los. Sieh dir den später an. War dein TV-Sonder auf der Karte? Ich hab keine Ahnung. Guck mal. Komm! Fack Ellie! Sieh! Sieh! Als ob die so schnell zielen können. Gut, wie ihr wollt. Nervs. Ey, der zielt ja die ganze Zeit. Ja. Nein. Geht doch. Wie viele hast du gesehen? Genug. Scheiße, wir müssen hier raus. Was? Immer mit der Ruhe. Ich brauch nämlich Munition. Wo? Scheiße. Weiter! Teuf auf die Räume. Geht doch! Geht doch! Links vor mir. Höllen sie aus! Schau. Oh, oh, oh. Geh. Oh nee, hol'. Oh nee. Oh nee, hol'. Was ist das? So. Ich weiß nicht, dass du da bist! Rechts von uns! Habt dich! Alles okay? Ja. Erkennst du irgendeinen davon? Nein. Ich brauche dringend Munition. Auch wenn die da irgendwie aussieht wie Abby, aber das wäre zu einfach gewesen, sie umzulegen. Ja. 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 Das war's für heute. Nicht. Scheiße, wie Scheiße. Da oben. Gas? Mehr von ihnen. Was, ich weiß nicht. Verteilt euch. Ja. Nein. Ich hab was gesehen. Na los, schlägt... Na! Ach du Scheiße! Achtung! 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 So eine Gülle hier, ey. Also mal echt. Wie kann man so übertreiben? So. Diesmal hast du mich aber nicht umgebracht. Oh Gott! Na komm her! Was ist der nächste? Achter... Ah. Christa! Ah! 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 Ah. Ah! Deine! Ah! 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 Messer sind echt Fehler. Ich hab's gesagt. Können wir denn wieder irgendwas verbessern? Oh ja. Auf jeden Fall Gesundheit. Ah. Boah, aber ich werde das, glaube ich, auch irgendwie mal diese Aufnahme fürs, ja, beenden. Mal gucken, wie weit ich jetzt noch mache. Am besten hier noch in raus. Aber, boah, langsam tun mir auch die Ohren weh von meinem Headset. Das sieht schon wieder sehr danach aus. Scheiß auf die Wolves. Klau ihr Zeug. Wie sieht's aus? Ist da was? Nein, da drunter. Ali, what's up? Wo ist Abriens Battelle? Hey, ihr zwei. Der Eindringling ist weg. Was? Hast du was gesehen? Nein. Sicher, dass sie nicht auf der Straße ist? Habt ihr nachgesehen? Wie kommt sie da runter? Keine Ahnung. Wurde das gemeldet? Greg ist zum Capitol Hill. Er müsste jeden Moment mit den Typen zurück sein. Wo sind denn alle? Da unten drüber? Hier ist niemand. Das war knapp. Ah, nee. Also irgendwie sehen sie auch fast alle gleich aus. Gut. 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 Das war's. 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 Das war's.